Vorsicht deine Mama bitte! Vorsicht bitte! Es geht los! Es geht los! Ladies and Gentlemen, welcome! Herzlich Willkommen in unserer neuen Wunderbar- Alles klar, Wunderbar und fang mal so an hier! Ladies and Gentlemen, absolutely everybody! Willkommen auf der Grieger-Sprünglein-Kürbis! Dann haben wir mal ein bisschen Spaß hier an! Oh yeah! So, dann gehen wir mal ganz hin! Welche Einrichtungen? Ihr habt solche Angst! Oh shit, so entspann ich! Keine Angst zu haben, weil sie kennen! Ich mach's auch ganz nervig! Oh yeah, wir haben uns das Ganze noch ein bisschen entspannen! Naival gut, ja, ja! Da, 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 Atención! Ja, da, 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 da! Ja, das ist doch passiert! Ja, da, 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 da! Der absurde Mann sind und ihr sitzt und sind und sind Mensch, Sprich, ey, wie schaut's denn aus hier? Schauen wir mal kurz nach dem Rechten. Oh, das sieht ja noch richtig gut aus. Da ist noch nichts nach oben, Baby. Alles klar, Baby. Da ist noch das. Da ist noch wieder mal deine BG. Ja, wir haben was. Oli, Oli, Schüttel, Manni. Oli, Oli. Das ist schon mal irgendwo hier oben. Volle formante, regnante, ab durch die Mitte. Die Brekwitte und stein, die Schiene! Christina! Wir wissen, wie das ist, wir wissen, wie das ist, das Break-Nutzer-Gesetz, die Farbe, Teller, die Hose, Frau, la, 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 Oh, ja, sei schlimm und zwar, sie gar nicht wüsst, das sind wir alle, das ist es. Oh, baby. Ach, Mensch. Krefeld, wisst ihr was? Krefeld, wisst ihr was? Das war der Geiz. Komm, alle gehen noch. Das war's für heute! Bis zum nächsten Mal.